Um 23 Uhr berichten wir über den Countdown zum Raketenstart in Baikonur und über den Besuch des russischen Präsidenten Putin in Wien. Und auf jeden Fall blicken wir nach München und berichten über die Pläne des bayerischen Ministerpräsidenten Söder, wie künftig mit Geflüchteten umgegangen werden soll. Das alles um 23 Uhr in der Sendung Der Tag.